Frank ist Versicherungsfachmann für den öffentlichen Dienst. Er weiß, Beamte und deren beihilfeberechtigte Angehörige sind besonders lohnenswerte Kunden. Beamte in Deutschland haben im Krankheitsfall abhängig von Tätigkeit und Dienstherr Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge. Aber was bedeutet das genau? Das erklärt sich am besten am Werdegang eines typischen Beamten. Das ist Marc. Als Polizeianwärter ist er am Anfang seiner Beamtenlaufbahn mit einer 1 Euro Anwartschaft und der Pflegepflichtversicherung gut versorgt. Die Leistungen der Heilfürsorge ähneln dabei denen der gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb sichert sich Marc zusätzlich ab. Ein Heilfürsorgeergänzungstarif zu günstigen Ausbildungskonditionen und Pflegezusatzprodukte ergänzen seinen Versicherungsschutz. Nach seiner Polizeianwärterzeit wird der Ausbildungstarif auf normal umgestellt. Später heiratet Marc seine Freundin Nadine. Als berücksichtigungsfähige Ehegattin hat sie Anspruch auf 70% Beihilfe. Das heißt, im Krankheitsfall erhält sie 70% der Kosten erstattet. Was ihren zusätzlichen beihilfekonformen Krankenversicherungsschutz angeht, vertraut sie auch auf Frank und ist damit eine weitere zufriedene Kundin. Marks Kinder Tom und Jonas haben einen Anspruch auf 80% Beihilfe. Aber auch die Kleinen wollen 100%ig abgesichert sein und um die Ergänzungen kümmert sich Frank. Er begleitet Marc auch bei seiner Versetzung, zumindest was die Versicherungen angeht. Ein anderes Bundesland kann nämlich auch andere Versicherungsansprüche bedeuten. In Marks Fall hat er nun Anspruch auf Beihilfe. Dank der 1-Euro-Anwartschaft kann er ohne erneute Gesundheitsprüfung in die beihilfekonforme Krankenversicherung der DBV wechseln. Schnell und unkompliziert. Um den zusätzlichen Versicherungsschutz, wie beispielsweise den Beihilfeergänzungstarif, das Zweibettzimmer oder die Pflegezusatzprodukte, hat sich Frank auch dieses Mal gekümmert. Marc ist einer von Franks besten Kunden. Die lebenslange Verbeamtung bedeutet für Frank auch eine lebenslange Versicherungsbetreuung. Denn jeder dieser Anlässe – Hochzeit, Kinder, Versetzung – ist eine neue Kontaktmöglichkeit. Neben der Absicherung im Krankheitsfall kann Frank auch zu Lösungen bei Dienstunfähigkeit oder zu speziellen Absicherungen für das private und berufliche Haftungsrisiko beraten zur Seite stehen. Marc ist glücklich über einen zuverlässigen Partner und Frank freut sich über die langfristig starken Vertriebschancen.